guten abend so kleine runde evasion zum ausspannen ich bin doch normalerweise 1 95 reit reit so Ich versuch's mal mit Survival, das soll ja nur ne kleine Entspannungsrunde werden hier. Credit Game Time, ne wieso? Junge, ich will einfach nur spielen. Streicher, 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 Streicher. Armed with plasma grenades, a shotgun blaster, and clad in heavy tritanium armor. Wardens are the living embodiment of the questions, how these engineers are experts at harnessing energy. They shape it into charges, use it to overload enemy systems, and funnel it to trigger a chain reaction that can obliterate up there. Streicher ist, glaube ich, erstmal der Beste, wie ich sah. Und dann... ... ... ... ... ... ... hat ja ein bisschen was von farpoint ne? Kollegahs Das war's für heute. 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 Evasion. Das war's für heute. Was? Das war's für heute. 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 2, 1 Schleudern dieser Gegner funktioniert Dafür sammle ich ja diese gelben Kapseln Aber das habe ich jetzt gerade noch nicht so drauf, würde ich nur sagen Das hat er noch nicht drauf Ja Ich würde sagen, ein Treppetchen da gerade Hm, das habe ich schon Zähne Okay. Jetzt wird's aber unnett, ne? Jetzt gibt's aber richtig auch die Waffe, ey. Hallo? Jetzt wird's aber so langsam interessanter. Oh, okay. Nicht gut. Gar nicht gut. Alter. Ja, ist ja... Habe ich ja verstanden jetzt. Ne, ist in Ordnung. Komm, her. Bin fort. Spacewar. Ein Rüte. Nicht schlecht. Dauerfeuer frei. Nein. Schon wieder diese Wespen, ey. Und die sehen auch geil aus. Oh, mach. Oh, mach. Mest du nennen. Die Waffe. Mest du nicht gleich danach. Das ist natürlich los. Ich aber auch keine Waffe. Ich werde das nicht mehr ganz auseinander. Das ist für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017